Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polaris mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich reagiere heute nochmal auf ein Pack-Opening von Trimix. Ich weiß noch nicht, ob ich das schon hochgeladen habe oder nicht, Leute. Schreibt es sehr gerne mal unter die Kommentare und ob ihr das eher mögt, wenn ich das ohne Musik mache. Also eine Reaction oder mit Musik, weil dann kann ich das für die Zukunft mir merken, Leute. Nee. Aber ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, Leute. Wir schnackt lange. Aber wenn ihr schon mal nicht so verpasst, würde euer Gerhard-Aub-Button und Glock-Akturen und nichts dazu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen oben da lassen, Leute. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Da würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. Moin, Leute. Micky hier. Zwei Leute, Moin, Max hier. Okay, geht. Wir haben heute was völlig Absurdes vor, was ganz, ganz krank ist. Wir haben hier ein 35.000 Euro Base Set English Unlimited. Das werden wir heute nicht nur einfach öffnen, sondern wir werden mit so einem kranken Display ein Box Break Battle machen. Das wird wie folgt funktionieren. Jeder wird sich jetzt hier gleich zwölf Booster draus auswählen. Wir werden dann den Wert oder die Beliebtheit, die Begehrtheit der gezogenen Holos zusammenrechnen. Und derjenige, der die besten Karten zieht, darf sich noch eine Karte von denjenigen abnehmen, der am schlechtesten gezogen hat. Das heißt, es könnte sein, einer zieht acht Holos, der andere nur eine. Es könnte sein, wir ziehen alle gleich viele, aber einer zieht Glurak. Und dann kann ich irgendwie, wenn ich Glurak ziehe, Micky noch einen dieser Floor-Holo abnehmen. Völlig, völlig krank. Wir werden ja heute einen absoluten Gewinner haben und einen so heftig gebrochenen Verlierer, was es in der Pokémon-History noch nicht gab. Glaubst du, es wird jemand gebrochen heute? Also heute geht jemand richtig zugrunde. Ja, heute geht jemand richtig zugrunde. Wir haben alle, seit neuestem hatten wir schon die ganze Zeit unsere Box-Battles, wir haben ja alle das Regenbogen-Pikachu gezogen. Ja, sehr geil. Einige mussten mehr zahlen, einige weniger. Jetzt sitzen wir hier zum großen Finale, wenn man so möchte. Unfassbar, unfassbar krank. Sponsor von dem Ganzen heute. Und das ist unfassbar geil, dass die das ermöglichen können. Dickes, dickes, fettes Danke an Level Up, die das Ganze hier ermöglicht haben. Die haben jetzt auch gerade, passend dazu ging gerade los, eine 4-für-2-Aktion, die wieder eine Woche hält. Und einen ganz, ganz neuen Geschmack, den es nur während der Zeit gibt, der auch Stückzahl limitiert ist. Die beiden absoluten Bestseller, Nuclear und Galaxy, wurden zusammengepasst und haben jetzt einfach ein Nuclear-Galaxy. Wenn ihr euch einen holt, gönnt euch den. Cota First Trimax 2 oder? Allotrix 2. So. Support einfach den, wo ihr Bock drauf habt. Richtig. Also was wir schon für Boxbreak hatten mit Level Up zusammen, ist Wahnsinn. Und das Ganze jetzt. Die Jungs haben Bock, das ist echt. Bester Partner, oder? Ja, die haben auch, die haben einfach viel zu viel Bock. Die haben viel zu viel Bock. Ich werde das Ganze jetzt hier schon mal öffnen. Ja, öffne mal. Aber Max, für heute ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier folgen wirst. Ja, jetzt. Zum Mindset. Jetzt versucht er mich wieder irgendwie zu berechnen, aber es klappt nicht. Bin ich sehr froh. Nee, guck mal, du musst ja so sehen. Beim letzten Boxbreak-Duell haben wir das mit dem Evolution-Set gemacht. Und da musstest du das Tür-Talk an mich abgeben. Und heute wird es genauso sein. Und zusätzlich, falls du noch nicht genug hast, kriegst du am 1.8. richtig schön einen auf die Schnauze. Chat, PPG, aufschreiben hier die Schüsse. Ich halte mich zurück. Ich freue mich einfach, egal was kommt. Ja, sehr gut. Wir brauchen eine Schere. Das war's. Wir haben keine Schere, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hast du kein Messer oder so da? Oh mein Gott. Kein Lurak am Anfang. 20 Jahre alt. Wer behält das eigentlich 20 Jahre und macht das nicht auf? Das ist was ganz anderes als beim Evolution-Box. Ich weiß, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist ganz schlimm. Dieses Guisa-Floor ist das Ding, was ich am allerdeutsten ziehen möchte. Mit dem möchte ich euch nach Hause gehen. Ich brauche nicht unbedingt das Tür-Talk. Ich brauche nicht unbedingt das Glurak. Guisa-Floor ist mein all-time-Favorite. Und diese Karte hier raus ist mein aller, aller, allerliebstes. Jetzt schon so ein geiles Event. Ja, Mann. Kuss geht raus an jeden, der am Start ist. Euch einen schönen Abend. Füße hochlegen. Das wird geil. Schnellt euch an. Genießt den Stream. Genießt den Stream. So ein Ding ist das. Moderatoren, ihr habt die Liste, welche Karte, wie viel Wert ist in PSA 10. Und so werden die Holos dann zusammengerechnet. Wir nehmen die Begehrtheit der Karten. Kann man nur so machen, anhand der Preise. Und dann werden alle Karten zusammengerechnet. Also Leute... Warte, 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 warte. Stopp. Hör auf, erzähl. Also Leute, ähm... Sorry. Noch so eine kleine Nachricht. Also, beziehungsweise, ich sag nur ehrlich, Leute. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Es war mega, mega wack gewesen. Ich hab's so richtig gehasst. Dass ich nicht schlafen konnte. Auf jeden Fall. Einfach, sobald ich hier mit dem Videodreh durch bin, alles hochziehen, Leute. Und dann einfach nur noch ins Bett gehen. Ähm... Ja Leute, es sind bald jetzt auch noch tatsächlich 40 Videos, Leute. Und dann bin ich bei den 1.000 oben. Also, ich freu mich schon drauf, sobald wir bei 999 angekommen sind und ich das letzte Video hochladen werde. Das wird eine Premiere werden. Was machst du denn nicht? Ja, ich bin so lost. Ihr wisst, wie's geht, ne? Nein. Zu dritt Sing-Shang-Shong habe ich noch mal gemacht. Schere, Stein, Papier. Ja, natürlich. Okay, okay, gut. Alles klar. Okay. Sing-Shang-Shong. Ja, was? Wichtig, der Stein. Das ist die Faust. Verstehst du? Raus, raus. Ich zieh jetzt einfach das Lurak raus. Macht ihr. Das ist doch gar nicht... Na, doch. Sing-Shang-Shong. Ich bin Zweiter. Ja, ich weiß. Okay. Du fängst an. Ah, jetzt hat er wieder seine Macht, sagt er. Oh mein Gott, ich spür ein Ungleichgewicht der Macht. Ein Sith Lord sitzt neben mir. Oh, oh, oh. Hier war warm. Hier war warm. Oh, geil. Oh, doch, da auch. Was machst du da? Das funktioniert nicht. Doch, da auch. Er hat jetzt alle Karten, warte mal ganz kurz, er hat alle Karten gerade in Dickdries verwandelt. Ruhe. Oh Gott. Schnauze. Au, was machst du das? Oh mein Gott, das war der Musiker im Knochen. Aus der Hölle. Ich bin ein scheiß Marker. Oh, das hast du da umgegangen. Ach, das ist dein Gesicht, das ist so geil. Ich bin dran. Wo ist der Schaufler? Wo ist der Schaufler? Der Chat ist so geil. Hier ist er. Da ist der Schaufler dann. Geil. XXL Schaufler. So, was nehme ich hier? Ich nehme das Tourtalk, damit du nur noch, du hast nur Glurak Booster. Ja. Wie so ein Achtjähriger. Er hat sich zwölf Glurak Booster geholt. Ich nehme mir einen Glurak Booster, weil da ist ein Glurak drin. Ja komm, nimm. Nimm dir den zwölften Glurak Booster. Ich habe auch da Glurak gezogen. Ich erinnere mich noch mal. Ja okay, ja gut. Was ist, wenn ich jetzt Doppelglurak ziehe? Dann ist es vorbei. Dann löscht ihr euch, oder? Dann sind wir leise. Aber alleine ist der Fall. Dann halte ich komplett für immer die Fresse. Wenn ich Doppelglurak ziehe. Dann halte ich einfach die Fresse. Nein, dann macht ihr vor eurem nächsten YouTube-Intro Werbung für meinen Instagramer. Kommt. Wenn du Doppelglurak ziehst, Deal. Dann sagt ihr, folgt Ello Tricks auf Instagram. Okay, ja. Der ist jetzt aktiv. So ein Ding ist das. Okay. Wenn du zwei Gluraks ziehst. Die Karten sind verteilt. Karten sind verteilt. Soll ich anfangen mit dem ersten Booster? Jungs, ich habe glaube echt viele Gluraks, man. Ich habe fast nur drei von hinten. Oh, ich bin nervös. Ich bin wirklich nervös. Max, du musst mir jetzt sagen, die von hier drei. Ich glaube ja. Boah, ich zeige das Scheiße. Wo sind die normalen Hüllen? Ich bin auf direkt. Boah, nicht schlecht. Schillok ist cool. Schillok. Das Gute ist, die Karten darfst du so oder so behalten. Wir haben einen Ratzfratz. Wir haben einen Onyx. Nebulak, nice. Wir haben einen Abra. Abrakadabra. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, ich glaube ja. Wir haben einen Traumato. Ich schaue einfach da. Wir haben eine Blitzenergie. Auge, da mache ich mal ein Auge auf deine Karten. Auge und dahinter kommt doch die letzte, ne? Ja. Das ist das Schlechteste. Scheiße. Das ist das Schlechteste. Das ist die Schlechteste Karte. Boah. Bei Stenno habe ich immer das Gefühl, dass ein Lora kommt. Bonita. Und jetzt, jetzt kommt es schon. Kommt ich mal zwei Energie? Ja. Auge, Auge. Auge. Dahinter ist es. Ich zitter dann. Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, geil. Wie wird es denn das? Guck dir sie an. Die Pipi-Puppe. Clary Fairy Doll, Junge. Digga, ich bin mir mit Schwarz vor Augen. Clary Fairy Doll. Clary Fairy Doll. Bruder, was ist denn da los? Rauchen die. Wasser. Erste Energie. Auge. Bei dir. Drei Augen haben wir bekommen. Und? Ist das der erste Hulu-Hit? Scoop up. Scoop up. Scoop up. Das ist so bad. Digga, wie kann das sein, dass die drei sind. Wir haben alle drei schlechtesten gezogen. Aber ich feiere das wieder. Geil. Da ist noch nichts passiert. Geil. Scoop it up, Junge. Dreimal Auge, dreimal Trainer. Dreimal Auge, dreimal Trainer. Und richtig Bad Trainer. Auge. Nee, was soll denn das? Viermal Auge. Wollt ihr das? Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, ist es schön. Scheiße. Und die Karte ist viel wert, weil es die nie im PSA 10 gibt. Das ist ein Hit. Das wusste ich sogar auch. Das ist ein Hit, das ist ein Hit. Micky ist auch ein dicker Fisch. Dicker Hit zum dicken Fisch. Karte ist PSA 10, 750 Euro. Das Booster ist Plus Minus Mindesten Null. Ja. Wieder Auge. Auge? Warum? Bis jetzt jedes Mal. Aber da kann auch eine Rude kommen. Bitte ein Hit, bitte ein Hit. Oh bitte, ich wünsche es mir von uns allen am meisten. Halt! Auge! Oh mein Gott. So ein geiles Karte. Alter. Oh was? Was? So wunderschön. Eins der schönsten Pokémon. Was ist die wert? Wie gut ist die im Ranking? Oh ja! 2,500? Stimmt das? 2,500 Karten? Oh manu! Fiss ich schon. Er ist schon 1,500 voraus, Bruder. Ja, bei dir bin ich 2,500 voraus. Weiter geht's, Carsten ist dran. Hast du dir schon dein Pack ausgesucht, Carsten? Nein. Nimm es weg! Ich muss mich hinlegen, ich muss aufrutschen. Ich nehme jetzt mein einziges Bisa Floor. Okay. Vielleicht breche ich damit Max. Oh, Arcani, geil. Arcani, so ein geiles Pokémon. Ist das nicht schon die Rare? Trick vergessen! Kartentrick vergessen? Ist das die Rare? Hast du Kartentrick gemacht? Nee, das war in der Evolution. Evolution war es in der Rare. Bruder, ich hab grad... Mein Herz ist grad bis zum Erdkern gerauscht. Guck mal, wie der Auge macht! Der macht auch richtig Auge. Wie geil ist das Artwork eigentlich? Oh, ich glaub das... Oh, das wird gut! Ich glaub ein gutes Gefühl. Da kommt wieder Auge. Wir haben jetzt ja beide eine Holo. Auge! Warum immer Psycho-Energie? Ich will nicht mehr! Wir haben jetzt ja alle eine Holo, außer du. Was? Nein! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Das gibt es nicht! Das ist so wild! Ich bin raus! 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 Ich... Ich... Ich muss mich hinsetzen. Ich krieg... Ich krieg einen Schlaganfall oder so. Dig, ich bin raus! Ich weiß es nicht. Ich bin raus! Du hast... Du kannst nicht mehr verlieren. Ich bin raus! Du kannst... Du hast es... Du hast es... 30k... Ja, ich weiß, dass das 30.000... Du hast... Man kann die nicht mehr einholen. Das ist, weil... ...eine... ...schüssig rausgehauen habt in der Hut. Versuch sie ein bisschen... Guck mal... Versuch mal, ich will ihn nicht anfangen. Guck mal, ob da Pfeindleins drin sind. Ach du Scheiße! Die haben so Auge gemacht auf meine Glurak-Booster. Und weißt du was? Weißt du, wo es drinne war? In meinem einzigen Bisa-Flo-Booster. Oh mein Gott! Ich hab alle Bisa-Floos! Und du hast alle Bisa-Floos! Und er nimmt eins! Und er kriegt sich mit sowas! Umgekehrte Psychologie! Michi, ich muss dir ein Bussi geben. Ich hab dich fassen. Ja, ich hab dich fassen. Ja, geil. Nimm mich mit. Digga, das ist so krank. Ist ein Pro da, der irgendwas, der sagen könnte, ob zwei drin sein können? Es können zwei drin sein. Es können zwei drin sein. Bitte gib mir ein Sleeve, bitte gib her. Ich kann es nicht fassen. Das ist... Ich erwarte nichts und krieg so viel. Ich fang grad... Ich wein fast gerade, Digga. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Digga, ich krieg grad feuchte Augen. Ich erwarte nichts und krieg so viel. Wie kann es sein? Ich hab dich so getrashed, Hock, dass wir beide ne Holo haben und du nicht. Ich fass mich an, so kurz davor. Ich zeig's dir. Ich hab grad fast angefangen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich weiß. Du hast es, Carsten. Du hast es dir verdient. Du hast es. Womit denn? Du hast es. Womit hab ich mir das verdient? Du hast es nicht. Das kommt einfach von oben runter geflattert. Digga. Das ist einfach deins. Stell's dir zu Hause hin. Ich liebe euch. Ich dich auch. Ich gönne's dir auch. Ich bin wirklich so glücklich. Lass es graden. Praxis her in diese richtig geile PSA-Hülle. Ich lass graden und es kommt nach eineinhalb Jahren. Und weißt du was? Weißt du was? Das verschwindet einfach. Aber weißt du, was richtig geil ist? In fünf, sechs Jahren wirst du's angucken und dich immer noch an den Stream herinnern. Den hast du immer noch. Und deshalb ist es so geil dabei zu sein. Ja. Weil ich werd nie vergessen, Dark Lurak. Ach Digga, du hast doch schon das Dark Lurak. Das hast du noch das Lurak. Ja, der zieht nur Gluraks. Holy shit. Das sind Momente, das werd ich vielleicht meinen Kindern und Kindeskindern erzählen. Du hast die Karte noch mit 87 und kannst sie in der Hand halten. Ich hoffe, ich werde sie machen. Ja, safe. Es gibt geile Glurak-Artworks, aber das war die erste Generation. Das ist das so OG mit Glurak. Und schau mal, wie der Typ auf Kacke haut. Ja, ja. Der macht's so ernst. Der macht Feuersturm, Flammenwurf, Loot, alles auf einmal. Der ist so angepisst. Ist das geil. Noch ein kleiner Funfact. Glurak war eins der wenigen Pokémon, was Schlitzer konnte in der ersten Generation. Und Schlitzer war in der ersten Generation verbuggt. Schlitzer soll ja eine erhöhte Chance auf ein Volltreffer haben. Aber in der ersten Generation, in der europäischen Version, hat Schlitzer immer gekrittet. So. Und deshalb war Glurak auch ein Mutterf***er, weil sein Schlitzer immer gekrittet hat. Krass. Das wussten wir damals aber nicht, dass es ein Bug war. Mit scharfen Krallen. Und deshalb kritzt sein Schlitzer immer. Heftig. Alter. GG. Es ist so schön. Pflanzenenergie. Und wieder das Auge. Auge. Und? Ich tank für dich. Er tank für dich. Kein Problem. Ich tank für Micky, Jungs. Danke. Ich tank für Micky. Kurs. Geil. Ich muss sogar sagen gerade, ich find's schön. Ich find's schön, weil ich getankt hab. Es ist widerlich. Ich find's so scheiße. Ich hab all meine Dictris Micky geschenkt. Eine widerliche Karte. Mach sie weg. Micky hat zu Hause insgesamt 15 Kilogramm Dictri-Karten. Und Dictor. Wir haben auch keinen Glumanda. Widerlich. Jetzt fehlt ein Dictri für Set. Das ist das Dictri der Lüfte. Ich hab aber einen Dictor gepackt. Das tut so weh. Das Dictri der Lüfte. Ich kann nicht mehr. Ist doch gut. Ist doch gut. EIN EURO. Das ist doch schlimm. EIN EURO kostet die Karte. Digger Jungs, ich bin doch schon Lens. Warum ist die denn so nachgekommen? Du musst draufzahlen. Oh, scheiße, Bruder, was ist hier passiert? Oh, scheiße. Auge Lega und Abra. Das war so schwierig zu fangen. Siehst du noch den Holen oder was? Ah, nee. Ich tank nochmal den Lektroball. Ich tank nochmal den Lektroball. Aber das ist kein Problem, Jungs. Ich ziehe noch 5 Dictris und 5 Lektroball. Das ist alles gut. Höre ich Nasenwitze oder sind die euch vergangen? Schon geiler Zänken, das Traumato. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Was ist los mit dir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Es tut mir leid. Garados. Garastiges Garados. Alter, was ist das? 1100. Okay, eine neue Zwischenstatt. 750. 2500. 31.100. Miki. Miki. Es schüttelt mich. Es schüttelt mich. Das ist so gemein. Das ist so gemein, Miki. Das darf nicht sein. Das darf doch nicht sein, Miki. Wasenergie? Komm schon jetzt. Es muss nur Hulu sein, sonst macht alles keinen Sinn mehr. Ich drück die Daumen, guck. Ich drück auch die Daumen, guck. Oh, Ralschuh! Du Augeleger! Du Augeleger, du! Geil! 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 Au! Hab gebrochen! Geil! Geile Karte! Ich hab dich vorhin gefragt, ob ein Ralschuh drin sein kann. 2K. Du Cloud. Guck mal, wie lang der Schweif ist. Aber sie könnte mir ja abgenommen werden, ne? Oh, okay. Ich erinnere mich sogar, in dem Pokédex-Eintrag steht, dass der Schweif fünfmal so lang ist, wie das Ralschuh selber. Geil! Und bei dem Balz-Ritual schauen die Frauen auf die Größe des Schweifes. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das steht im Pokédex. Ungefähr so. Ich weiß es nicht mehr 1 zu 1, aber ungefähr so. Megageil! Wer sich das auch ausdenkt. Du musst dir die Karte ganz genau angucken. Nein, Max, das mach ich nicht. Guck dir die Karte ganz genau an, denn das ist die Karte, die du Miki abnehmen wirst. Das war dein Pack hier, oder? Auge. Das Auge. Feuerenergie. Komm, Max. Ja, das Dichtrieg der Lüfte. Und du bist letzter. Sieh zu, dass du verschwindest. Sleeve deine Karten. Aufrutschen. Und weiter. Digga, die Karmerschelle. Ich hör's klingeln. Aufrutschen. Die Karmerschelle. Er macht so Druck. Weiterziehen. So, sleeve deine Karten. Du hast das Set. Du hast das Set. Ach, Digga. Glückwunsch. Was machst du? Das ist das erste Glutexo heute. Tatsächlich. Richtig geil, Carsten. Ich muss nicht mal tauschen. Jetzt auch mal ne richtig schlechte, bitte. Ne richtig schlechte. Versprichst du mir das? Guck mir in die Augen. Du versprichst mir ne richtig schlechte Karte. Ne richtig schlechte. Ich kann es nicht versprechen. Aber du gibst dein Bestes. Ich geb mein Bestes. Gibst du echt dein Bestes? Ja, guck, da hast du schon das Auge. Ja, aber gibst du dein Bestes. Ich geb mein Bestes. Zieh jetzt noch was richtig Schlechtes. Ich geb mein Bestes. Du ziehst jetzt was richtig Schlechtes. Du gibst dein Bestes. Ich mach richtig zackig. Schlechtes. Schlechtes. Was? Was? Das ist wirklich dumm. Ich hab's gekollt. Ich hab dir gesagt, du ziehst doch statt. Das ist wirklich dumm. Ich bin raus. Max ist gebrokt. Du hast es mir versprochen. Ich geb dir ne Massage, Bruder. Als wir das gut machen. Egal, du kannst dich die zwei besten Karten ziehen. Das geht eigentlich recht nicht. Das ist illegal. Ich werde abgeholt von euch. FBI gleich. Max, aber das dieser Floor ist immer noch auf Taschemasche. Du wolltest dein Bestes geben. Ich hab mein Bestes gegeben. Das ist nicht das Beste. Das ist die Zweitbeste. Du hast gesagt, du ziehst was Schlechtes. Der, wie kann man denn Turtalk und Glurak ziehen? Wie viel kostet das? 10.000, ne? Giese A10. Okay, Carsten ist jetzt bei 41.100. Meine Wenigkeit 2.500 Dollar. 2.750 Dollar. 41.100. Jungs, wie krass müssen grad die Leute im Level-Up-Office... Ja. Die biegen sich im Stuhl. Das, Digga, das... Ich glaub, Nils ist raus. Ich glaub, der ist... Der ist tot. Oh! Es kann nicht sein! Och, Digga! Illegal! Gibt's nen Mewtwo? Jungs. Ja, 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 gibt es. Mewtwo ist so geil. Auge? Ich muss ne Holo. Oh, die Karte ist wichtig. Bitte ne starke Holo. Ich vereine euch, dass die Freundschaft... Nicht so wackeln, nicht so wackeln. Oh! Okay. Holo. Es ist ne Holo? Wie teuer? Not sofort, sofort. Pixie, Pixie, oder? Liebe Gerd, ist die? Du hast ein rosanes zweieinhalbtausend und nochmal ein rosanes für zwei Karte. Doppelrosa. Digga, das ist stark. Wieso ist die denn so viel? Das wollte ich auch grad fragen. Weil die so selten ist im PSA 10. Ich lass mich ziehen. Nee, Carsten ist dran. Ah, Carsten! Oh, nein! Oh, Carsten macht das wieder wie so Floor. Nein! Boah! Miki, gib mir eins bitte. Ich versuche, mir Mühe zu geben, nichts Gutes zu ziehen, aber mir gelingt's wahrscheinlich nicht. Was? Nee, das kannst du nicht sagen! Nee, das musst du für mehr Überzeugung! Mehr Überzeugung! Nein, du musst einfach sagen, ich gebe mir Mühe, dass ich nicht das Beste ziehe. Du gibst dein bestes, richtigen Trash zu ziehen. Ja. Kommen wir mal so eine Pipi-Pippe. Ich hätte gern nochmal einen Diktri, non-Holo. Okay. Für Miki, zum Gegen-Tanken. Komm schon, jetzt keine... Das darfst du... Wieder Holo. Die ist schlecht, aber die schlechtste. Ja, trotzdem. Trotzdem 700. Ich fass es nicht. Wieder drauf. Es ist die vierte Holo. Glaubst du... 4 steht für Lifestyle. Glaubst du, ich komm noch auf die 44K, weil 4 steht für doppelten Lifestyle. Komm schon. Zeig her, Miki, komm. Zeig, was hast du, was hast du? Nochmal! 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 Miki, was machst du denn? Das ist so sch... Das ist so sch... Miki, dich weinen, bist du nicht, Bruder. Das läuft nicht, Mann. Das läuft nicht, Mann. Miki, was... Was ist denn das? So, noch ein Holo. Hier kommt sie. Dann nicht mehr. Hab ich schon... Hab ich schon ein Volcano? Gibt's eigentlich auch... Du hast jedes Set... Gibt's eigentlich... Gibt's eigentlich... Gibt's eigentlich... Das auch als Set? Hab ich eigentlich das Set schon? Und zack, noch ein Set. Gibt's Arcan in Holo? Ja, Glumanda! Nebula. Augeleger. Doppeltauge. Safcon. Keine Holo, das ist uns versprochen. Ja. Danke. Ist auch einfach mal wichtig. Danke. Ich bin wieder dran. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Magst du auch... Das kann doch nicht sein! Du musst... Was soll'n das? Was soll das? Ooooooh! Digga, stell dir vor, du kriegst so... Die Dicta- und Dictri-Quote ist hier eindeutig zu hoch. Hattest du schon Dictri oder hab ich einen Dictri getankt? Er hat noch keinen Dictri. Du hast einen Dictri getankt. Zuhause ist immer jemand für dich da. Die Bäckerin, die dir leckere Brötchen gibt... Chill dich, da würde ich immer ausrasten. Ooooooh! Digga, du hast'n Set! Du hast'n Set! Nimm das! Nein, Micky! Micky, nimm das Set in die Hand! Micky, greif zu! Nein, Micky! Micky, nimm das Set in die Hand! Micky, du hast'n Set! Du hast'n Set! Hier! Ooooooh! Du hast'n aber noch die Energie gekauft! Ooooooh! Du kannst'n angreifen! Greif an, greif an! Warte, wie viel macht die Alltack jetzt? Zehn! Zehn! Dick! Dick! Schaufler! Dick! Schaufler! Mit zehn Damage! Das hat 30 Leben! Das ist richtig schlecht! Micky! Micky, nimm das Set in die Hand! Das ist so'n Mucht, Digga! Nimm das Set in die Hand! 30 Leben und ein 10er Angriff! Das ist illegal schlecht! In den Pokémon-Editionen kann sich das wenigsten einbuddeln. In dem Kartenspiel ist das einfach nur Schmutz! Oh scheiße! Alter, pass auf! Sorry, sorry, sorry! Die letzte Karte! Bitte keine Holo, du darfst! Hä? Karten trägt verkackt! Ups! Oh mein Gott! Hä? Aaaaaaah! 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 Ne! 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 Einfach ne! Ne, du ziehst alle drei Starter! Alleine, dass alle drei Starter ein Display sind, ist unlogisch! Ne! Und dass du sie aus zwölf Mustern ziehst? Illegal! Illegal! Oh mein Gott, Chat! Ich hab reingeschissen! Chat, ich hab reingeschissen! Max hasst mich! Du hast es versprochen, Carsten! Ja! Du hast es versprochen! Digga, er zieht das Glurak und er hat versprochen, dass er nach Feist zieht! Er zieht Bisa-Flor und Tour-Tor! Das gibt's nicht, Chat! Aber ihr habt mich hypnotisiert oder so, das passiert hier gar nicht! Das träum ich, oder? Digga, das ist zu krank! Aaaaaaah! Das war voll brutal! Nein, das war wirklich ein Tüten-Lenal! Tut mir leid, das hier! Guck mal, im allerschlimmsten Fall! Das ist nicht mehr witzig! Ich hab hier ein Bisapnos für dich! Ja, aber das ist... Mir macht es grad keinen Spaß! Du ziehst noch ein Bisapnos! Nein, mir macht es grad keinen Spaß! Jetzt kommt lange, dass ich ein schlechtes Gewissen hab! Ich seh deine riesigen blauen Augen! Also drei Starter! Weil das wolltest du! Das ist schon krass! Du weißt, welche Wahrscheinlichkeit ist, glaub ich! Ich nehm... Pst! Nee! Ich nehm die Karten mit und das Bisa-Flor vergesse ich hier! Das können wir nicht machen! Das können wir nicht machen! Das können wir nicht machen! Ich vergesse es hier! Was willst du machen? Das können wir nicht machen! Ich hab Angst, dass mein Glück aufgebraucht ist und dass ich einfach vom Blitz getroffen werde! Oder irgendein Komet auf mein Kopf, auf mein Haus fände! Digga, du musst dich jetzt auf jeden Fall aus allen Box-Breaks zurückziehen! Zieh dich zurück, Carsten! Zieh dich zurück! Wenn ihr wollt, können wir auch abbrechen! Der Zug ist ja schon abgefahren! Und ich nehm einfach von euch beiden die Holos auch noch mit! Zap, zap, zap! Du kriegst das ganze Display einfach! Ich wäre da dran! Carsten braucht für sein Nachhause den Personenschutz! Digga, jetzt lass du hier! Die lässt du doch nicht hier! Bist du gescheuert? Die lass du hier doch! Die lass du nicht hier! Konita! Ach komm! Aiiiio! Guten Morgen! Schon noch ein Fest! Mann ey! Max ist ja auch einfach fies! Die Dicta und Dictory-Quote ist eindeutig zu hoch! Ich bin bei 4.500, du bist bei 2.750 und jetzt bitte keine Holo! Mito! Nido King! Schön! Geile Karte! Geile Karte! Geile Karte! Sehr gut! Wichtig! In der ersten Generation konnte man sich richtig früh... Wie viel ist die Wert? Nido ranfangen! Entwickeln mit Level 16 zu Nido... Rino! Rino! Und dann mit dem Mondsteinberg... 750? Das kann ja nicht sein! Du gibst Schlechteste! Wir bekommen nur einen Turm da, wo auch... Ey aber... Digga, das ist dein viertes Pikachu! Ich hab null! Guck in die Kamera und sag, dass du dir Mühe gibst was Schlechtes zu ziehen! Keine Holo! Egal was ich hier... Willst du einen Holo ziehen? Nein! Gibst du dir Mühe! Sag, dass du dir dein Bestes ziehst! Ich möchte keine Holo mehr ziehen! Okay! Die Drachen kehren zurück! Im Pokémon-Sammelkartenspiel Schwert und Schild! Drachenwandel! Jetzt im Handel! Jedes 10-Karten-Booster-Pack ist separat erhältlich und enthält unterschiedliche Karten! Das ist so krank! Das... Das ist so krank! Ich will nicht immer Illika sagen! Das ist einfach gestört! Das ist so bescheuert! Das ist echt bescheuert! Oh Gott! Michi weint laut Chatbleich! Nee, das ist kurz schwindelig geworden! Ich wusste... Ich wusste gar nicht, dass da ein Zapdos drin sein kann! Achso! Achso, ja! Ihr dürft die Pull-Raten... Du hast Quapo, Zapdos, Garados und alle 3 Starter! Ihr dürft die... Du hast 6 Holos und du hast noch 2 Booster! 50% Hololack! Und dann auch noch... Mehr! Bisher! Wenn ich keine Holos mehr ziehe! Du hast aus 10 Boostern 6 Holos bekommen und die 3 Starter! Danke an Level Up, dass sie das ermöglicht haben! Und was wir... Ohne dass wir das geplant haben... Das hätte ich nie für möglich gehabt! Hier wird gerade Geschichte gespielt! Ja, Pokémon-Geschichte! Ja! Neue Booster, 3 Starter! Ich glaube, wenn ich auf meiner Switch... Ja! Wenn ich auf meiner Switch anfange Pokémon zu spielen... Mein Starter wird einfach ein Shiny! Ja! So eine Lackschiene bist du! Wir könnten auch bei... Subway bestellen! Da kann man nämlich immer noch eine extra Portion... Wirklich! Das geht! Eine Portion Salz dazu bestellen! Ja, das nehme ich! Ja? Da habe ich ja voll Bock drauf! Und für dich Salz! Ich nehme doppelt Fleisch und du nimmst 8-fach Salz! Ja, ich nehme 8-fach Salz dann! Chat! Ist Trimix nicht einfach der Beste? 8-fach Salz! 8-fach Salz! 8-fach Salz! Das hat noch nie jemand da bestellt! Ja, dann sollte ich der erste sein! Die rufen an und fragen, ob du dich verdrückt hast! Und dann sagst du... Ah, nee, sorry! Ich wollte 10-mal Salz! Er rufst doch mal im Nachhinein an! Entschuldigung! Das war ein Fehler mit dem 8-fach Salz! Ich wollte 10-mal Salz! Weil ich habe gerade so scheiße gezogen! Und ich müsste noch meinen Reitschuh abgeben! Zieh deine Scheißkarten! Die viertbeste könnte Mewtwo sein oder halt ein Duplikat! Würde super schmecken! Ja! Ja! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das ist es! Mewtwo Hulu! So! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil! Oh mein Gott! Einpacken! Jeder wurde in Generation 1 von ihm auf Level 70 so verprügelt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und bevor man ihn nicht geschwächt hat, konnte man ihn nicht mal fangen mit Hyperbellen, sondern der Ball hat er nicht getroffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ein geiles Pokémon! Das stärkste Pokémon der ersten Generation! Ja, Mann! Tatsächlich sogar stärker als Mewrash! Das ist auch die stärkste Karte, um Mewtwo zu besiegen! Sehr effektiv gegen Mewtwo! Extrem effektiv gegen Kickdass! Micky kann nur noch gewinnen, mit dem er einen der drei Starter in ein Duplikat zieht! Ja, das fünfte Pikachu! Ich habe keinen Pikachu gezogen! Kein einziges! Da würde ich eigentlich noch so einen Rock, so einen Reitsche würde ich fühlen! Komm, Moment mal! Carsten hat ja heute das... Also mehr Glück geht gar nicht! Ich hatte einen Booster ausgewählt und Carsten ist dann mit der Hand da drauf und ich meinte, Carsten lass mir das! Und ich hoffe... Ah ja! Ich wollte das eigentlich wählen am Anfang! Ganz am Anfang! Stimmt! Ganz am Anfang wollte Carsten es wählen und ich hoffe, dass hier in meinem letzten Pack das Glück von Carsten rüber gewandert ist und ich jetzt einen dicken Banger in diesem Last Pack Magic habe! Wie viel bist du vorne? Weit! Ich bin jetzt bei 6.500, du bist bei 3.500. Du kannst nur noch gewinnen! Du bist fast doppelt so weit vorne! Er kann nur noch gewinnen, wenn hier ein Starter drin ist! Starter Banger und du darfst... Da hast du noch zwei? Ich habe noch einen! Haben sie manchmal das Gefühl beobachtet zu werden? Vielleicht ist das ja so! Hacker könnten sehen, was sie über WLAN senden! Oder Daten von ihrem Gerät stehen! Zum Beispiel ihre Zahlungsinformationen! Darum enthält Norton 360 ein VPN für ihre Online Privatsphäre, Gerätesicherheit inklusive Antivirus, Dark Web Monitoring powered by Lifelog und mir! Schützen Sie! Ey! Ich mach so! Scheiße! Sorry Leute! Jetzt ist ein Biser Florulo und alles ist vorbei! Zieh! Zieh hoch! Nein, nein, ich kann nicht! Doch! Oh! Oh! Wie Bär! Blast du auf! Dieser Floro! Hat er nicht schon ein Bibo? Ja, natürlich ist er schon ein Bibo! Guck ihn dir mal an! Das hat nicht mal Hände! Digga, wie soll das Ding irgendwas in die Hand nehmen? Das hat zwei Nahkampfstachel! Das kann nicht mal dein Ding hier halten! Nimm die Flasche Wasser, trink was! Wie macht das Bibo das? Das macht ein Stichränder leuchtig Flasche aus! Also welche Karten... Wenn du jetzt dann das Abgeben kommt gleich, aber wenn du die eine aussuchen müsstest, welche du abgibst davon? Das Magnetorabgeben! Ja, okay! Aber du kannst das ja gleich entscheiden! Also ich bin der drittplatzierte und das sind meine Holos, die ich gezogen habe! Das ist die zweit- und die drittschlechteste? Die zweitschlechteste! Die drittschlechteste! Und ich habe eine gute Karte gezogen! Das ist auch die Karte, über die ich mich richtig gefreut habe! Das war das Raichu! Aber ja! Ich lande mit meinen drei Holos! Weil diese Karten so selten in Pisa 10 zu kriegen sind, sind sie so viel wert! Geil! Ich lande bei insgesamt 6500 Dollar! Wenn alles Pisa 10 ist, sind es nicht! Das ist hier brutales Geldverbrennen! Mach es nicht zuhause nachzuschauen! Überleg mal, nicht die beliebtesten Pokémon! Aber Hixi und wertvoll! Schanera aber einfach so geil! Ich finde einen wertvoll! Und dann noch Mewtwo! Ohne Witz! Ich finde Magneton und Nidoking viel, viel geiler als die Karte, als die Klee Fairy! Ja! Aber... Diese ist einfach so selten! Einfach 2K! Oder? 2K! Und dann auch noch Mewtwo! Dass du einfach Mewtwo ziehst! Jetzt! Meine Damen und Herren! Ich will gar nicht! Jetzt ist Carsten dran! Jetzt ist Carsten dran! Jetzt ist Carsten dran! Und jetzt mal alle ganz kurz in Ruhe! Carsten hatte 12 Booster! Es ist verdammt unlogisch, dass ein Glurak, ein Turtok oder ein Visaflor drin sind! Und er zieht aus 12 Boostern alle! Alle 3 Starter! Und dann ist nicht genug! Und noch ein Quapo! Noch ein Zapdos! Ein legendärer Vogel! Das habe ich ja gar nicht mehr! Und noch ein Garados! Und noch ein scheiß Garados! Du hast alle 3 Starter! Das ist das Ding! Bei den beiden Startern habe ich ein Set! Bei Quapo habe ich ein Set! Und bei Garados auch! Ich habe die 3 Holos! Und du musst mir eine jetzt! Ich finde schon, du hast ja schon eigentlich recht stabile Karten! Musst mir eine wegnehmen! Da macht sich so eine Hulu nochmal ganz schick! Jetzt kommt mein Lieblingspart! Darf ich die nehmen, die ich möchte? Oder muss ich die nehmen, die ich am meisten möchte? Du musst die nehmen, die du am meisten möchtest! Kommt jemand auf dich zu! Jemanden, den du nicht kennst! Und er sagt, wähle eine von diesen 3 Karten aus! Ich will nicht! Ich kann dir das nicht antun! Ich weigere mich! Geht nicht! Carsten, quäl mich nicht! Mach es jetzt einfach deine Sabis hinter dir! Ich weigere mich! Musst du! Ich muss das Reitschern nehmen! Es tut mir leid! Danke! Es tut mir leid! Glückwunsch! Hast gut gezogen, Carsten! Sau stark! Ich weigere mich! Das ist gut gezogen! So geil! Das reicht uns echt geil! Ich fühle mich schlecht! Das macht sich richtig gut in deiner Sammlung! Ich fühle mich schlecht! Such ein Opening auf Youtube aus einem Display, wo alle 3 Starter rauskommen! Gibt es nicht! Gibt es nicht! Vielleicht ganz selten! Und dann zieht Carsten alle! Wahrscheinlich wurde das nicht gestreamt! Ich kann da nicht hingucken! Max ist so ein... Alter ist das geil! Und dann guckt euch an, was Carsten hat! Er hat nur das Bisa Knoss bekommen von Micky! Nur das Bisa Knoss! Klurak plus Set! Krank! Tourtalk! Set! Krank! Alles selbst gezogen! Aus 12 Boostern! Capadogarados Set! Aus 12 Boostern! Alles selbst gezogen! Quapo! Komplettes Set! Alles selbst gezogen! Aus 12 Boostern! Digga! Das ist so krank! Das ist so krank! Das ist so krank! Durch Micky sein Bisa Knoss! Ja! Weil er mir das geschenkt hat! Hier noch das Set aus Bisa Flor! Und ich hab glaub 4 oder 5 Pikachus! Noch das Bisa Flor selbst gezogen! Außer das Bisa Knoss! Ich bin cool! Ich bin cool! Kotz einfach! Bitte schwimm nicht zu weit raus! Pass auf dich auf! Und noch ein Zapdos! Einfach so noch! Legender! I-tüpfig! Wahnsinn! 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 Unglaublich geiles Event! Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid! Das war so geil! Super gerne! So geil! Dankeschön! Ich war sehr gerne dabei! Trotzdem! Es war trotzdem ein geiles Event! Das muss man sagen! Er klingt ein bisschen schwach! Jetzt schön was esst! Danach geht's dir wieder gut! Lecker essen! Schön lecker essen! Schön lecker essen! Okay Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen! Danke nochmal an Level Up! Wir sehen uns morgen im nächsten Stream! Und euch noch einen schönen Abend! Dort rein! Tschüss! Okay Leute! Ich bin an der Stelle auch raus! Ich hoffe euch hat es mir immer gefallen! Gerne A-Button und die Glocke aktivieren! Um nichts mehr zu verpassen! Würde mich freuen! Gerne noch einen Daumen nach oben da! Dass es euch gefallen hat! Würde mich ebenso freuen! Und gerne einen Kommentar da lassen! Ihr wisst! Schießt mir Kommentare gerne durch! Dann würde ich sagen! Euch noch allen allen eine schöne Nacht Leute! Und bis morgen zu einem neuen Video Leute! Bye!